Nach knapp über 100 Jahren gab es wieder eine Goldmedaille für einen österreichischen Radsportler. Anna Kieselhofer holte sich heute Gold bei den Olympischen Spielen im Radsport. Was für ein sensationeller Erfolg für unsere junge Österreicherin und wir freuen uns für sie und für ganz Österreich. Die erste Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. Wir gratulieren recht herzlich MySportMyStory TV22.